Lego City Undercover, wir sind zurück, wir sind auf dem Mond, wir sind wahrscheinlich kurz vorm Ende. Der Story zumindest. Einen 100% Run habe ich ja niemandem versprochen. Oh, einfach nur ein Schalter. Aber hier unten ist was. Ah, wieder mit. Er hat original immer Räuber an. Der kleine Drecksack. Ah, ja, 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 ja. Und? Hätte ich da hochgekommen eigentlich? Ah. So. Moment. So. Geht noch nicht, dann muss ich erst hochklettern. Ah, es funktioniert ja. Schön, dass man hier oben nicht unbedingt einen Raumanzug braucht. Hier kann ich ihn zurückholen wahrscheinlich, was? Wie auch immer, dass ausgesprochen wird. Und wieder hoch. Da macht bestimmt die Brücke jetzt aus. Boah. Ja, Chase, ab und zu meinen Helm abnehmen ist schon schön. Da war weg. Und? Es geht wieder los. Oh Gott, es ist vor. Glück. Das fällt es natürlich hier einfach runter. Voll an die Pfeifen. Hier jetzt. Ich wollte Gott sagen, wo gehe ich jetzt Dynamit her? So. Werke weiter. Hier ist er. Jetzt gehe ich mal einen Meter weiter weg. Nicht wie vorhin. Also vor. Letzte Folge. Müsste das sogar schon gewesen sein. Ah, ich muss eh den Bau weiter nehmen. Also machen wir es mal so. Ah, hoch. Nein. So. Durchrennen. Was wirst denn du? Na, öh. So. Komm ja, ich bin endlich viele, oder? Habe ich zumindest gerade das Gefühl. Oder doch nicht. Oh, das war richtig. Ich gehe jetzt hier... Nein, ich gehe jetzt blau her, äh grün her. So viel ist hier doch gar nicht. Muss ich da rüberfliegen? Wahrscheinlich. Ich versuche es einfach mal. Ich gehe da so einfach vor, das. Ah. Hast du die andere Kiste noch zur Hemmung? Ach so. Ach, einmal grün, einmal rot, oder wie? Ja. Ist das was anderes? Mal sehen, was hier drin ist. So. Mal sehen, was es Schönes gibt. Enttäusch mich nicht. Oh, ein Buggy. Wahrscheinlich noch nicht alles. 4 von 4. Und? Umfüllen. Ach so, ein Rest. Hallo. Dankeschön. Guck mal, ein Rest zusammenbauen von dem Mond Buggy, oder was das auch ist. Hops, hops. Das ist ein Mond Buggy. Schickes Teil. Hallo. Ach so, dann muss ich. Tatsächlich, bisschen schnell. So. Dann nehmen wir ihn doch gleich mit. Ah, hier raus komme ich natürlich nicht mit dem Ding. So. Kaputt hauen. Einfach nur zum Spaß. Wegen Aggressionsproblemen und so. Habe ich natürlich keine. So. Oh, den hätte man echt früher gebraucht. So. So. Auf das Ding. Das klingt sehr gut. Geht bestimmt nur die Tür auf. Ach so. Ah, jetzt kann ich wieder mit dem Buggy weiterfahren. So. Und jetzt. Hier komm ich wohl nicht rein. Was? Oh. Da gibt es einen roten Stein aus Elf und Cheats. Grund gehts auch auf. Nein. Man will nicht wissen, ob das hier schon jemand gemacht hat, dass sie irgendwas auf dem Mond gebaut hat. Oh, kann ich jetzt den? Wo ist er denn? Kann ich jetzt den Roboter steuern? Das wäre geil, aber ich habe leider gerade nicht die Farbe dafür. Ah, dahinten ist sie doch. So, jetzt habe ich fast wieder hintereinander weggedrückt. 1 und 2. Irgendwas klingt hier ziemlich beschissen. Ah, das klingt beschissen. Schön. Oder auch nicht. Kann man sehen, wie man will. Da hinten bin ich mir gar nicht sicher, war da Strom? Nein, wahrscheinlich können wir jetzt gleich einen Roboter laufen. Erstmal machen wir den 2. Tresort auf. Sehr schön. Oh, jetzt hole ich mir den Blauen noch. Musik ist ja auch ein bisschen düsterer als sonst. Oh. Oh. Oh, ein Rätsel. Oh, das kriege ich doch nie und immerhin. Oh. Oh, ein Rätsel. Oh. 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 Ach der muss ich sein. Was natürlich sehr geil ist. achte ich bereit ja wie muss denn das aus hier steht noch was unten das ist natürlich ein bisschen dumm ach das ist gar nicht original muss ich das verstehen jetzt muss ich muss dann müssen die alle drei ausgewählt sein weil dann kann man mal so umdrehen so jetzt geht das ach das ist wahnsinnig keine ahnung war es jetzt richtig wahrscheinlich nicht wenn man wüsste wie es aussehen sollte wäre es natürlich auch ein bisschen einfacher muss ich da muss ich die beiden verbinden ne das wird zu einfach hallo einmal eine falsche taste gedrückt das ist schon irgendwie so einfach keine ahnung warum moment lego city als ziel festgelegt schild wird deaktiviert start in 5 4 3 ich hoffe sie sind gut angeschnallt 1 ok ein mein lunch paket war da drin es geht nach hause nein nichts bringt mich zurück in diese welt bornierter dummköpfe ich wollte etwas wahrhaft wunderbares für sie erschaffen eine in sich geschlossene und vollkommen autarke welt ein idealer lebensraum in dem jeder ihrer wünsche erfüllt worden wäre ein denkmal meines genies sie waren einst ein großer mann mr blackwell aber sie sind durchgedreht durchgedreht ihr denkmal war doch nur ein appartementblock mit einem einkaufszentrum sofort umdrehen sorry umdrehen ist nicht bringt sie hierher eine dame zu bedrohen oh nein 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 einer dame würde ich doch nichts tun sie soll nur sehen wie sie vielen dank für dein geschenk aus dem museum war ja klar dass das irgendwann kommen würde so wie lächelt er auch dabei sei vorsichtig diese energietanks brauchen wir noch für meine mondbasis ach so tatsächlich gut da wissen wir ja was sache ist ich kann halt auch nichts zu hauen also ich muss denn irgendwie danke liebe spielers du nicht einblenden ist was ich machen soll ich frage ich euch das okay doch nicht okay das ist alle die das war die 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 das muss ich jetzt wahrscheinlich dreimal machen schade man ist auch nicht ganz so schnell meiner aber ich denke mal das geht mal trotzdem wenn man erstmal weiß was man soll jetzt wahrscheinlich und ab in den zweiten tank das tut weh du soll ich sagen du bist einfach nutzlos Rex hier lang Kowalski wo willst du hin Blackwell okay an dem was du denn jetzt jetzt na könnt ihr ein bisschen schneller laufen so mein letztes Mal kommandokapsel abtrennung erfolgreich oh was Blackwell diese miese Kröte Selbstzerstörung in jetzt okay das hat weniger weh getan als ich angenommen habe aber der Aufprall auf dem Boden könnte fies werden auch auch Oh, ist die Frage? Oh. Zwei. Oh, Rex Tempest. Ah. Oh. Oh. Alles in Ordnung? Ja, aber bei dir gleich nicht mehr. Bist du Irrer? Wir stürzen in unser Verderben. Damen haben Vortritt. Schnappt ihn, Jungs. Leider muss ich erfahren, dass ihr beide noch in einem Stück seid. Dies wird sich jedoch sehr bald ändern, wie ich euch freudig versichern kann. Aber keine Sorge, die wirklich wichtigen Leute sind hier bei mir in der Kommandokapsel, zusammen mit einer Unmenge von Stats. Es handelt sich hier also nur um einen kleinen Rückschlag, lediglich eine Unannehmlichkeit. So. Nun, sobald die Kommandokapsel sicher gelandet ist, beginnt eine neue Zeitrechnung. Ich werde mit meinen Reichtümern ein neues Imperium aufbauen. Na, was denn? Ach so. Und dann werde ich Lego City vernichten. Und Natalia wird dabei zusehen müssen. Okay, wie werfe ich die auf den? Ach so. Oh, ist das ein Drecksack. Sonst geht's noch was. Und wenn... Na, wenn er benommen ist, was dann? Sagt mir das Spiel halt auch nicht wirklich jetzt. So. Hallo, werfen. Mit Körpernwerfen ist doch ein Kuhl, Mann. So, jetzt geb ich's dir. Hör auf damit. Ich hatte gerade ihn. Nein, jetzt reicht's. Hey, hör auf, Leute nach mir zu werfen. Auch. Sie haben alles ruiniert, McCain. Aber wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Ich werde mich rächen. Oh. Oh. Natalia, geht's dir gut? Wo steckst du? Was? Sieht schon ziemlich geil aus jetzt. Ah. Okay. 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 Ach ja, schön sieht's aus. Was? Lego City hält. Okay. Boah, da bin ich da hängen geblieben. Oh! Okay. Praktis will. Da ist er, Rex Fury. Was ist denn da jetzt rechts, der links eigentlich ne Zeit eingeblendet? Ah, ich kann schneller machen auch noch? Ah, geil. Das wird eng, Freunde. Ich hab's geschafft. Hihihi. Dad, wir kommen nicht an den Fallschirmauslöser ran. Entschuldigung, ist der zufälligerweise ein Held gefragt? Chase, zieh den Hebel da! Diesen hier? Okay. Wofür ist der? Die bremsen. Oh-oh. Oh-oh. Professor Kowalski ist unterwegs. Er sagt, dass die Kommandokapsel jeden Moment auftreffen kann. Und was ist mit den ganzen herabfallenden Raketentrümmern? Keine Sorge, Chief. Ich schürme sie ab. Die Trümmer sind ins Meer gestürzt, Marion. Ja. Ha, okay. Kann ich hier warten? Oh-oh, da sind sie! Glückwunsch! Du hast es wieder einmal geschafft, Chase. Fast. Blackwell ist mit einer Fluchtkapsel entkommen und Rex, nun, ist auch irgendwie weg. Rex? Das Problem hat sich erledigt. Ist vor zehn Minuten kopfüber bei jemandem durchs Dach gegangen. Nehmt mir das Ding ab! Hey, Rex! Sollte die Spülung jetzt lieber nicht ziehen. Ich, äh, dachte, dass du ihn dieses Mal verhaften solltest. Wissen Sie was? Er gehört Ihnen, Chief. Manche Sachen sind wichtiger als die Arbeit. Oh! Oh! Ja, ihr redet von Videospielen, stimmt's? Wache! Ende! Wache! Ende! Wissen! Rex Tempest! Rex Fury! 100%! Boah! Buh! 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 Bluh! Buh! Immerhin! Geschichte fortsetzen. Mal sehen, ob es noch was gibt überhaupt. Nein, gibt es nicht. Man kann das, glaube ich, noch weiter spielen jetzt. So, um die ganzen Sachen nur einzusammeln. Weiß ich nicht, ob ich dazu auch noch Videos machen werde. Ich habe das jetzt auch ganz schön schnell durchgerannt. Weil, wie gesagt, so sammelgeil bin ich halt nicht. Das ist bei vielen Sachen so. Vor allem, wenn es Open World sind. Gut, damit danke ich mich bei euch schon mal fürs Zusehen. Jetzt hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mal sehen, was ich als nächstes spiele. Dass ich jetzt schon durch bin, hätte ich nicht erwartet. Deswegen noch keinen Plan. Also auf jeden Fall, macht's gut. 23,5%. Oh, geiles Willen. Weekend aus. Dann documentaries gesagt. tow,, danncional Marta. Die Nachhonnee will zurück. Und dann habe ich jetzt flute. Wie heißt das Zusehen? ? Bis zum nächsten Mal.